Hallo und herzlich Willkommen bei Grizzles Delicious. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute gibt es ein Video außer der Reihe, denn heute dreht und wendet sich aus um mein Lieblingsprodukt von Pemperi Chip. Naja, also von den Küchenhelfern. Das ist mein Lieblingsprodukt, denn es handelt sich hier um diese tollen Reiben. Und in meinem heutigen Video sage ich euch, warum die so toll sind. Wir haben einmal die grobe Reibe mit einem Lebensmittelaufsatz, die feine Reibe und die Zesterreibe. Also was ist das Besondere an den Reiben? Das Besondere ist, dass wir hier ganz richtig scharfe Edelstahlklingen haben und die ermöglichen uns nicht nur, dass man jetzt zum Beispiel den Käse reibt, sondern den schneidet man richtig. Und das kommt uns dann richtig zugute bei der Reinigung. Was ich aber insgesamt noch viel, viel besser finde oder viel, viel toller finde, ist, dass wir sie in verschiedenen Positionen verwenden können. Einmal in dieser Position, hier haben wir unten rutschfeste Nocken dran, damit man das quasi abstellen kann und hier einfach runterreiben kann, so viel wie man braucht. Und außerdem kann man auch hier auf diesen mittleren Daumen drauf drücken und gleichzeitig nach oben schieben und dann quasi punktuell da zum Beispiel ein bisschen Käse rüber reiben, so viel wie ihr wollt. Denn wenn man so drüber reibt, sieht man nämlich ganz genau, wie viel Käse man braucht. Und ja, also das finde ich total toll. Also nicht nur zum Reiben, sondern auch, dass ihr die Möglichkeit habt, das einmal gerade im Schrank zu verstauen. Oder wenn es nicht ganz so lang sein darf, kann man es ja auch genauso so in die Schublade tun. Und da gibt es auch was ganz Tolles, denn jede Reibe hat hier diesen Aufsatz. Der ist ganz wichtig, denn dadurch, dass diese Klingen so scharf sind und wenn die Reibe so in der Schublade ist und man greift jetzt zum Beispiel so rein, ist einfach eine große Verletzungsgefahr. Vor allem, wenn man nicht alleine in der Küche ist. Also wenn jetzt der Partner oder Besuch kommt und jemand macht die Schublade auf und verletzt sich, das wäre schon sehr, sehr ärgerlich. Deswegen gibt es hier diesen Schutz. Den kann man einmal hier so unten drüber machen und dann so ganz sicher am Schrank verstauen. Und jetzt kommen wir auch noch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich habe vorher wirklich gar keine Reiben geliebt, weil ich mir irgendwie immer, ich habe mir immer meine Finger verletzt, weil ich dann irgendwie mit den Händen reingekommen bin. Oder noch schlimmer, es gibt ja auch Reiben mit diesen Aufsätzen, die aber keine Führungsschiene haben. Und da habe ich es wirklich immer geschafft, dann von dieser Schiene das Plastik mit abzuräumen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwas Gemüse reibt und dann da irgendwelche Plastikstücke drin hat. Und deswegen finde ich das hier von den Reiben richtig klasse, denn die haben hier diese Führungsschiene, die kann man unten einmal ansetzen. So, dann hat man das quasi in der Schiene richtig drin. Und bei der Feinreibe gibt es jetzt hier zum Beispiel auch noch hier diesen, diesen Aufsatz mit drauf. Denn wenn man zum Beispiel mit der Feinreibe könnt ihr zum Beispiel auch die als Muskatnussreibe verwenden oder für Nüsse zum Beispiel. Und dann könnt ihr das quasi hier genauso mit aufsetzen, damit die Nuss nicht weg springt. Und so könnt ihr da ganz sanft drüber gleiten. Und durch diesen Aufsatz habt ihr quasi die Möglichkeit, es bis zum letzten Ding aufzureiben. Also ihr habt keine Reste und müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr euch mit den Fingern dann irgendwie an der Reibe verletzt. Auf dem Hersteller dürft ihr die Reibe in die Spülmaschine machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist wie bei Messern, auch wenn das steht, man darf es in die Spülmaschine machen, wird es leider durch das ganze Spülmaschinensalzen alles doch ein bisschen beschädigt und außerdem durch die Hitze auch ein bisschen stumpf. Und es ist wirklich gar kein Akt. Also ich nehme einfach immer, halte die Reibe unter fließendem Wasser, nehme ein bisschen Spüli auf den Schwamm, wisch von unten nach oben, damit ihr euch den Schwamm nicht kaputt macht. Und wisch da einmal so lang, dass es spült das Ganze ab, lasse es trocknen, wisch es ab und dann, also das ist wirklich getratzefatze. Das ist mein Tipp an euch. Wenn ihr lange, schöne, scharfe Klingen haben wollt, dann ist es immer besser, es einfach schnell mit der Hand zu reinigen. So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen, falls ihr Interesse an diesen Reiben habt und noch nicht so ganz wusstet, ob es euer Ding ist oder nicht. Am besten ist natürlich immer, wenn man es ausprobiert an dem Kochamt, dann kann man es quasi auch mal selber reiben und gucken, ob es wirklich also dem entspricht, was man sich wünscht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde in Zukunft immer mal wieder so ein paar Produktvorstellungen machen von meinen Lieblingsprodukten. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020